Wir sehen hier in der Ukraine so einen Prozess, man verliert Vertrauen an die Macht und man gewinnt Vertrauen an Menschen. Wir verstehen, dass nur noch konkrete Menschen uns helfen können und die Stadt, das ist so etwas, was nur noch nimmt. Ich werde jetzt einen Moment auf die Translation verabschieden. Ich werde jetzt eine Sekunde auf die Translation verabschieden. Wir kommen in ein paar Minuten.